Das Fong-Universum ist bekanntermaßen riesengroß. Das macht es Investoren nicht gerade leicht, eine interessante Investment-Story zu entdecken. Deshalb haben wir es uns zur Regel gemacht, in regelmäßigen Abständen, wenn Sie so wollen, hier auf dem Financial Planning Forum in Berlin, solche spannenden Investment-Stories vorzustellen. Heute geht es um je zwei Ideen zu den beiden Themen, einmal Risikomanagement und Renditeerzielung. Und dazu begrüße ich ganz herzlich Stefan Lipfert. Er ist Geschäftsführer der Punica Invest GmbH. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Beginnen wir mal ganz spannend mit der Renditeseite. Das ist ja das, was Investoren am meisten interessiert erst einmal. Und da haben Sie ein neues Pferd im Stall und das nennen Sie Proud-at-Work-Fong. Stellen Sie uns diesen Fong ein bisschen genauer vor. Welche Strategie steckt dahinter? Ja, das Spannende an dem Proud-at-Work-Fong, so ganz neu ist er nicht. Den gibt es schon seit vier Jahren, aber wir fangen eigentlich jetzt erst an, ihn zu bewerben. Vorher haben wir ihn hauptsächlich mit eigenem Geld gespeist und vor allen Dingen auch mit dem Geld des Initiators, des Gründers, Reinhard Springer. Vielen noch bekannt vielleicht als Gründer der Werbeagentur Springer & Jacobi, einer der Koryphäen in den 80er und 90er Jahren. Und Herr Springer hatte immer schon damals den Ansatz, dass er gesagt hat, was sind eigentlich unsere wichtigsten Wirtschaftsgüter in der Firma? Und das sind natürlich die Menschen. Und gerade in diesen Zeiten, wo wir alle so viel über künstliche Intelligenz reden, wollen wir genau in die andere Richtung gehen. Und wir gucken uns Unternehmen an, wo die Menschen besonders stolz darauf sind, für dieses Unternehmen zu arbeiten. Wenn Sie schon mal in ein Hilton-Hotel reingegangen sind, wie Sie da empfangen werden, dann merken Sie einfach, die Hilton-Mitarbeiter sind zu über 90 Prozent stolz darauf, für Hilton arbeiten zu dürfen. Das kriegen die hervorragend hin. Und das sind genauso Unternehmen wie auch Lindsprüngli und andere, die wir in diesem Fonds kaufen möchten, wo die Mitarbeiter zu den Zufriedensten der Welt gehören. Und das kann man sagen, gut, das ist ja wieder so ein Nachhaltigkeitsaspekt. Ja, natürlich ist es das S in ESG, worum wir uns hier kümmern. Und das tun die wenige. Die meisten kümmern sich nur ums E. Ums G müssen wir uns eh alle kümmern. Aber wir kümmern uns hier explizit ums S im ESG. Zufriedene, glückliche Mitarbeiter und das durch die gesamte Wertschöpfungskette ist das, was eigentlich diesen Fonds auszeichnet. Proud at work. Da steht es ja schon ein Stück weit mit drin. Stolz zu sein auf das, was man tut. Welchen Mehrwert haben Investoren und Investoren von diesem Fonds? Man muss ganz klar sagen, dass auch wenn man nicht dem ESG Gedanken anhängt und sagt, ich finde das toll, dass es den Mitarbeitern gut geht, sondern wenn man einfach die knallharten wirtschaftlichen Faktoren sich anschaut, dann sind Unternehmen, die von als Proud at Work oder Great Place to Work geratet werden, da gibt es eine internationale Ratingagentur, die das macht, die drei Jahre in Folge, also ein Positiv-Rating bekommen haben, haben im Schnitt über diese drei Jahre 61 Prozent mehr Umsatzwachstum. Sie haben 45 Prozent weniger Krankheitstage, sie haben 41 Prozent weniger Fluktuationen und sie kriegen fünfmal so viele Initiativbewerbungen wie andere Unternehmen, die nicht positiv gerätet sind. Und daraus ergibt sich natürlich im Fachkräftemangel ein riesiger wirtschaftlicher Vorteil. Unbedingt. Kommen wir zum zweiten Fonds auf der Renditeseite, da sind wir ja immer noch, Aramea Rendite Plus. Da geht es vor allem um Nachrang-Anleihen. Stellen Sie uns diesen Fonds genauer vor. Ja, Nachrang-Anleihen werden oft immer verwechselt mit High-Yield-Anleihen. Früher haben wir die High-Yield ja auch Junk-Bonds genannt, das ist ja heute ein bisschen feiner ausgedrückt. Aber Nachrang-Anleihen haben eigentlich mit High-Yield überhaupt nichts zu tun. Nachrang-Anleihen, da ist man in der Kapitalstruktur zwischen dem Eigenkapital und dem Fremdkapital. Das heißt, eine Nachrang-Anleihe ist zwar eine Anleihe, der Emittent darf sie jedoch temporär aufs Eigenkapital anrechnen. Und ist deswegen bereit, deutlich höhere Coupons zu bezahlen als bei den klassischen Senior-Bonds. Das können Investoren nutzen, weil sie ein sehr gutes Emittenten-Rating in der Regel haben. Also wir reden da von A, Single A, A- so in dem Bereich. Wir reden von den Großkonzernen, den großen Industrieunternehmen, den Großbanken, den großen Versicherern, die solche Nachrang-Anleihen emittieren. Und trotzdem erhalte ich einen sehr, sehr hohen Coupon. Zum Beispiel hat VW vor kurzem eine Nachrang-Anleihe begeben, da standen 7, 7, 8er Coupons drauf. Und nun kann man wirklich sagen, VW ist nun weiß Gott kein schlechter Emittent und zahlt trotzdem fast 8% Coupon für so ein Papier. Das heißt, man hat hier eine ideale Kombination aus sehr starken Bonitäten und trotzdem sehr hohen Coupons. Kommen wir zu den zwei Ideen, die Sie mitgebracht haben zur Risikomanagement-Seite. Und beginnen mit dem Hansa Gold, steckt schon im Namen, worum es geht, ums Edelmetall. Gold erlebt gerade einen Rann, hat alte Höchststände wieder im Visier. Mal sehen, ob es erreicht wird. Kann man wirklich sagen, dass sichere Häfen wieder gefragt sind? Also ich denke, für die Risikomanagement-Seite gibt es genug Gründe. Ich glaube, die vielen Krisen, die wir dieses Jahr gesehen haben, die keiner erwartet hätte, bestätigen das. Und aus unserer Sicht ist Gold jetzt auch kein Timing-Thema, sondern Gold ist eigentlich ein Bestandteil für jedes Depot. Je nachdem, wie aktienlastig das Depot ist, kann man zwischen 5 und 10% Gold immer beimischen. Die Frage ist natürlich, welches Vehikel nutzt man für diese Beimischung. Und da ist der Hansa Gold ein sehr komfortables Vehikel, weil es ein klassischer Fond ist, ein Sondervermögen. Nicht wie andere Gold-Beimischungen, eine Inhaberschuldverschreibung, sondern wirklich ein Sondervermögen ist. Und man kann es einfach einbuchen. Und der Gimmick beim Hansa Gold ist, dass wenn man den Fond mindestens zwei Jahre hält und mindestens im Gegenwert von 100 Gramm Gold Anteile hat, dann kann man wählen beim Verkauf, ob man physisches Gold geliefert haben möchte oder ob man eben seine Euros wiederbekommt. Das ist ein Gimmick. Ja, ein attraktiver Anreiz, das muss man einfach so sehen. Zweiter Fond bei der Risikomanagement-Seite ist der Gamma Plus Fond. Ihr Fondmanager spricht im Zusammenhang mit diesem Fond von einer Allwetter-Strategie mit Rettungsboot. Wie sieht diese Allwetter-Strategie aus? Ja, der Gamma Plus schafft etwas, was relativ schwierig ist bei Volatilitätsstrategien. Sie haben normalerweise im Volatilitätsbereich zwei Arten von Strategien. Sie haben Short-Wohler oder Long-Wohler. Bei der Long-Wohler-Strategie sind sie abgesichert gegen Crash. Sie zahlen aber jeden Tag eine Prämie dafür, dass sie abgesichert sind. Bei der Short-Wohler-Strategie kriegen sie jeden Tag Prämie. Ich nenne das immer gerne die True-Tank-Strategie, weil sie kriegen 364 Tage im Jahr kriegen sie Prämie. Am 365. Tag wird die ganze Prämie wieder weggezogen, weil der Crash kommt. Und was der Fondmanager hier schafft, ist, obwohl er Long-Wohler ist, Prämie zu generieren. Und zwar seit Auflage 2020 drei Prozent Prämie pro Jahr. Dazu kommt ein Collateral, was sich natürlich jetzt wieder verzinst. Das war die letzten zwei Jahre nicht so, aber aktuell haben wir auf dem Collateral eine Verzinsung von etwa 3,7 Prozent. Wenn Sie dann die Fondkosten abziehen, sind Sie um und bei bei 5,5 Prozent, was Sie hier sozusagen als Basiszins vereinnahmen können. Und wenn dann ein Crash kommt, haben Sie Far out of money puts long. Das heißt, sobald ein Crash kommt, steigt der Fond exponentiell im Wert an. Wenn zum Beispiel der Corona-Crash, wenn wir damals schon aufgelegt gewesen wären, was wir leider nicht sind, wir waren drei Monate spät dran, dann hätte der Fond um und bei 35 Prozent Performance geliefert. Also was für konservative Menschen durchaus, weil man ja doch Sicherheit geboten bekommt und eigentlich wie eine Parkposition für Cash diesen Fond nutzen könnte. Blicken wir noch nach vorn, daran kommen wir nicht vorbei. Turbulentes Aktienjahr wieder und Börsenjahr. Was erwarten Sie für das kommende Jahr 2024? Also wir erwarten letztendlich jetzt keine großen Überraschungen. Wir erwarten, dass die Zinsen erstmal auf dem Niveau verbleiben, wo sie sind. Dass aber Aktien durchaus wieder selektiv interessant werden. Wir glauben, dass im kommenden Jahr wahrscheinlich Alpha wieder eine größere Rolle spielt als Beta. Das heißt, ich muss genau sehen, wo ich bin und kann nicht einfach die Indizes kaufen. Ich muss sehr selektiv vorgehen. Wir haben viele große Herausforderungen für die Unternehmen. Sei es nun Energiewende, sei es viele, viele andere Themen, die wir haben. Und da sollte man sehr selektiv sein. Und per se ist es ja immer so, nach zwei schlechten Jahren kommt eigentlich immer ein gutes Jahr. Auch wenn ja eigentlich dieses Jahr hätte ein gutes werden müssen, weil es ja das dritte Jahr im US-Präsidentschaftszyklus ist. Das hat nicht ganz geklappt bisher. Warten wir es nochmal ab, was die letzten sechs Wochen bringen. Es ist hier eine Jahresendrallye nicht ausgeschlossen. Stefan Lipfert, ich bedanke mich für das Gespräch, wünsche Ihnen viel Erfolg. Er ist Geschäftsführer der Punica Invest. Vielen Dank. Vielen Dank.